Begonnen hat es mit einem Video bei Mois. Am 11.2. war es dann soweit. Wir spielen heute wieder so ein gottloses Spiel, aber egal. Wir probiert uns auf TikTok. Auf einmal machten wir unzählige Abends. Dankeschön an jeden Einzelnen, der bis jetzt immer korrekt und ehrlich immer supportet. Ich gefe eure Herzen, Allah. Das bedeutet uns natürlich sehr viel, weil wir auch ein kleiner YouTuber sind. Das alles ging so schnell mit den Tropfen im Wasser. Erzähl doch den Leuten, welche Mädchen du ganze Zeit K.O. Tropfen gibst mit deinen Freunden. Unser erster Cringer Livestream. Kein Zuschauer, sehr gut. Das bin ich. Der erste Kommentar. Ah, da ist sie man. Wer schreibt Allah? Wir erreichten die 1000 Abos dank euch so schnell. Vielfältige Formate wurden hervorgerufen. Manches kam an. Wir spielen ein Quizspiel. Und heute ist Samet der Moderator. Und Hamza und ich müssen die Fragen beantworten. Wir hatten Höhen und Tiefen. Ulan. 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 Genere mich Geld mit deiner Folge. Ist Video zu nah. Ich hab Geld heute holen wir den Win. Ulan. Gibt es überhaupt eine Folge, wo ich den Win geholt habe? Nein. Diese Folge werde ich einen Win holen. Witzige Momente. Und schöne Momente. Und schwule Momente. Aber am Ende sind wir alle Christen im Herz. Was? Das ist eine Lüge ist das. Das ist ein Widerspruch. Wir kamen einen weiten Weg. 10.000 ist nur der Anfang. Dankeschön und ein Eywallah für alles. Das ist erst der Beginn. Warum soll ich kriechen? Warum soll ich kriechen? Hadi. Es wer da. As-Salamu Alaikum. ruf zielang ruf 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 aber ja ja nein ananana ananana kuck 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 lan kuck 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 Wir verringen die Karte! Ey, was auf 11? Ich komm nicht mehr! Scheiß, ich bin tot! Ey, ey, Junge! Nein, ey, du bist so ein Idiot! Die beiden... Wir sind schon auf den Boden! Hä, wie lenkt ihr mit dem Fallschirm? Ja! Wie einfach lenken? Einfach lenken, ne? Ich... Waaah! Ahaha! Ey, dann habe ich auf den Bezüggen! Oh, das war schmuck! Oh, das war schmuck! Ich wohne die Hügel! Oh, das war schmuck! Oh, das war schmuck! Oh, das war schmuck! Oh, das war schmuck! Ich komm nicht der Einzige Hühne, das war schmuck! Ich bin helikopter. Wallah, Deathrun ist ausgelutschter als Bushido's Frau. Oh mein Gott! Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Du dumme Hure, dumme Schlampe, stirb, stirb. Haben wir das falsche Auto genommen? Dankeschön. Sag mir Allah. Nur Allah kann mich richten. Allah! Nein! Die Frau schweigl. geben Sie Segal. du wohnsohn äh bätschi ätschi bätschi dieses ätschi bätschi ey Junge danke wie nennt man das piñata pyjama wie nennt man das leist du mal den Huhn lass mal den Huhn ARUSMUCHUCHU ihr unterschätzt meine Macht Junge du ey, ey, ich krieg da nur ich krieg da nur ich krieg da nur das ist halt davor deine, deine Tochter fing aus ihr hatten beacht du diese Frage, ne ich krieg da nur ich krieg da nur ich krieg da nur ey, hier sind so viele ey, ich hab jetzt schon viele Leute wieder gesehen ist das dick, dass ich gerade Gänsehaut hatte? ich hab ja selamünalehkemmurrr Unterwegs in einem Demse und wir jetzt nach Türkei fahren ohne Probleme achrdaa rate indaern u".Send get dem überhaupt get dem AHHHHH!!! AHHHHH!!!! AHHHHH!!!! Alter ich hab deine ganze Kotz... Ich hab deine ganze Kotz... AHHHHH!!!! AHHHHH!!!! Das ist Kotz von mir da... AHHHHH!!! 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 Die Kotz ist voller Kotze ne? AHHHHH!!! 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 Baba... Baba... Asıştın vöde anasını, bacısını, dedesini, bebesini, besikteki ebesini komple... Ben bir sülalenin potun içine sokardım... Yarrağımı bir komple arkadan sokardım... Kafasıyla beraber ben onları... ..Bedya... Cettini, andesini, etini... Yangın içine bırakırdım... Dört litrelik benzinden her yerini yakardım... Ağzına sıçtımın yahudi pezemekleri... Sen kimsin beni aldatıyorsun amunakodomin yatakta başkasıyla s**chen Orosbu. Senin g**tüne papağan kuşunun tüğünü sokayım Orosbu evladı derdim. S**t dir git amunakodomin sen kendini ne sanıyorsun? Ağzına s**tığım russuz imansız g**tü. Mantığı Kayserin başvoymuşum Türkiye'nin yoluna. Da 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 da. Batılasını klippe. AAAAAAAA. Was würdest du machen wenn du dich verlebt? Boah das nachter so krass wird dem. Boah ey ich will ihn so viel Geld. Ich dağ'o so klamas oder was? Wenn du spielen veter取ş Fleksyore. Messi wir grüßen dich. Ich glaube nicht, wenn es mir so ist, ich glaube nicht. Was ist das? Ja, Frippel! Vierfach Kill! Keiner kann mich stoppen, ich bin Lisa! Vierfach! Ey, das ist Christen, du bist wild! Ey, ich schick deine perfekte Fox nur da! Ja, Wallah, wie kann man so in Google so in seinen Avengers gucken? Iron Man... Ich wusste Allah'a fett, es guacht... Tövbe! Senin sülaleli sikiyim! Amına kodumun Daisy Duck suratlı orospu çocuğu! Senin bacını ben keleğe sokip sikiyim lan! Ağzına tükürdüğümün, ihsal saçan orospu evladı! Dipini sıktım, kılıksız orospu evladı! Ağzına sıçtığım, Tommy Hilfiger'i pazardan alan, sonra arkadaşlarına hava atan, C63'ün kredisini çeken, babasından ağlayan orospu çocuğu! Er ist tot! Ja! Ich werde Tanzverbot! Tansverbot... Talhökü... Passt der Koran rein, ne? Ich bin ehrlich. Salamun alaikum Morrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! Sie macht einfach Dönerkebablan... Ha ha! Ich hab Angst! Was hab ich schon Angst? Sie... Kann sie mich töten? Was macht sie lan? Sie macht irgendwie... Pop Smoke! Ich glaub, ich weiß wofürs da ist. Mein Priester... Ich hab gesündigt. Ich überlege Moslem zu sein. Ich hab kleine Kinder angefasst Oh mein Gott Ich hab wieder gesündigt, ich hab mir in die Hose geschissen Ey hier ist ein Fußgängerzune Willst du mitkommen? Ich hab einen geilen Wangen Hombre Fick den Bauchnabel von deinem Onkel, die ist tot Das ist ein Bastardarmal Oh Gott Was ist das? Verraten 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 Wie ist aber die Dita-Moi? Oh Gott Oh Gott Weißt du, dass dieser Manger dieses 10 von 10 gesehen hat Wer ist? Es ist eine 10 von 10 auf 17 Ah Wallah billah Jungs Ey wie oft noch Ich hab den öfter gesehen als den Koran Was ist das, was ich bin oder? Nein Mann, an der is ich bin çocuğun Annen amina kuru fasulye konserve dozesine sokayım Horch mu çocuğu? Ey das Mann Mann Mann, ich bin der ist Ich glaube, Enes ist zu jung für's Paradies, ne? Schönen Posen nehmen und wir werden auch passen, was die anderen machen. Wir haben Hures... Hey, komm, warte, eins, komm! Mach jetzt keine Scheiße, Mark. Ich bin tot! Jetzt dazwischen! Ich bin tot! Pico füttert, Wallah. Da hinten ist Ice Cube, ne? Ich fand das witzig. Hallo und herzlich willkommen zu einer kurzen Erklärung meinerseits. Da ich mich gerade in einer sehr heiknenden Situation befinde und einen Witz getätigt habe, würde ich das euch gerne erst mal richtig erläutern, damit ihr den Witz besser versteht, weil meine blöden Freunde darüber nicht gelacht haben. Das ist Ice und das ist Cube. Zusammen haben wir... Und diese Flöte stecke ich mir jetzt in den Arsch. Du siehst aus wie Dieter Bull. Ich bin Dieter Bull, ne? Ich bin wundervoll. Dings, Razer kostet viele. Warte, das sind Bushidos Kinder, ne? Das ist Intrubin! Das ist Intrubin! Hey, Schuss! Das ist... ... 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 Wir wissen, dass wir heute noch einen Ustab haben. Sie sind nicht, wir sind nicht. Ich bin Fırat Ust! Sie sind die Ustas. Wir wissen, dass wir uns sind. Selamun elikum morrrr. Selamun aleyküm morrrrrr. Gebegaz, wustach. Gebegaz, mam nie. Gebegaz, bieb. Gebegaz, mam nie. Gebegaz, wustach. Ich will es menschleid. Jesus das Gott.